was ist denn ich hab, haben wir schon getrackt? äh mach mal eins warte, bleib mal da stehen und gleich läufst du durchs gelbe Portal soja Spaß jetzt töte die bitte alle und versuche nicht drauf zu gehen das war ich mir schon nein, nicht alle entsorgen das sind meine Freunde was meine Freunde am Leben ok, dann lass mir jetzt noch meinen letzten Freund am Leben was soll ich jetzt hier machen? ich kann das Portal ersetzen ich geh mal auf den Schalter raus ich will hier wieder raus aber wenn du aufhörst meine Freunde zu töten sie sind tot nein, aber ich meine sie zu vernichten eigentlich auch sie sind schon tot nein, vernichten meine ich sie auszulöschen so dass sie auch nicht mehr da rumliegen hier ist der Knopf dann komm ich wieder zurück du bist denn hier durchgekommen du bist denn hier durchgekommen achso nach unten dann geh mal hier durch achso so und jetzt sag mal noch dein ich kann nichts mehr machen ich kann nichts mehr machen äh äh ich muss irgendwie wieder hoch kommen ich muss irgendwie wieder hoch kommen wir wissen, dass da jetzt was ist ich komm ich ja nicht ansonsten können wir ja wieder hochgehen ich komm ich ja nicht wir können ja zur Nutzung wieder hingehen wenn wir das unbedingt brauchen ähm aber wozu ist der hier? ich darf uns auch noch was mein Täter geht's noch weiter das ist ja nicht die Sache da müssen wir jetzt wischen rein tun ne hier kommt ja schöner Ball rein lass den Portal da ja ja ich musste nur auch erstmal wieder hier irgendwie hoch kommen das bringt ja nichts da kommt gleich erstmal da komm ich gar nicht rein kommst du auch noch nicht dafür müssen wir ja hier den Laser rein fliegen lassen den noch da hinten ich weiß gar nicht wie du da vorne überhaupt hin gekommen bist ich bin hier durchgegangen den du was hier auf den knoppen da müssen wir das so machen ja du musst dann vorher schon mal ein Portal da hinsetzen dass man wieder hoch kommt setzt du mal dein Portal hin unten unten ich brauche hier gleich beide Portale um den Laser zu setzen bei der Laser da muss er an die richtige Position fliegen boah ich blick grad gar nicht durch ich wollte ich hatte ne Idee aber da ist ja noch da kommst du nicht auch ohne meine Portale nicht hier wieder hoch nein nein oder hinten war ja noch ein Ding wo man durch konnte ich meine so wäre es ja einfach dann würde jeder Laser hingehen ich sitze da noch da oben Portalen dann hätten wir oder unten war ja auch noch was oder unten war ja auch noch was ich könnte ne das ist aber auch nicht die Lösung das hier ist nicht der Lösung hier das ist so wir müssen das mit einem anderen Raum machen irgendwie jetzt häng ich wieder fest ah jetzt nicht mehr oh ich dachte jetzt schon ey das ist mir egal ich kann ja auch runter gehen wenn du willst ich hätte ne Idee auf jeden Fall ist klar dass auf jeden Fall der da hier oben bleibt auf jeden Fall beide Portale benötigt du brauchst dann auch erstmal temporär da unten beide geh immer wieder hoch ohne mein Portal zu löschen geh hoch ohne mein Portal zu löschen jetzt musst du auf der anderen Seite gehen also ich musste den mein Portal so umlenken dass der da halt da oben hingeht das ist ja nicht so schwer musst du nur oben auf diese äh ich meine ich du könntest es auch höher setzen dann setze erstmal da oben hin ich kann das jetzt nicht zeigen ich weiß schon auf diese Mauer da geh mal da draus ja ich weiß aber du kannst es auch höher setzen dann könnte ich das direkt machen dann würdest du direkt wieder ins rote ins weiße Gebiet hier rein fliegen mit dem Portal mit dem Laser ja ja jetzt muss es ein kleines bisschen tiefer also hier haben wir ja so eine weiße Fläche da kannst du dann mit dem Laser gehen und dann kann ich nämlich von hier aus genau genau das Problem ist jetzt muss es das geht nicht deswegen solltest du oben auf die Mauer ja stimmt ja ja merke ich grad ne dann schieß mal wieder runter so dann total tiefer äh ich muss beide mal sitzen stürzen ich muss das nicht ich muss das nicht ach jetzt jetzt setzen wir da mal kurz die Kugel hin was kannst du da hinten durch ich kann jetzt wieder ausgehen oder ja ich denke schon und hier rüber kommst du ja nee du hättest nicht durchgehen dürfen ja genau muss hier offen bleiben du musst aber wieder hierhin hier oben und wir als gleiche machen jetzt muss ja durchgehen da hinten das rote setzen wenn ich da das rote wird jemand die kann ich in rhein kugels und sitzt das rote angehe ich durch dein gelbe so genau ich bin jetzt ist hier so eine schranke wo ist das riesig und wie komme ich da jetzt sind ich glaube erst mal gar nicht weiter geht zurück dann sind meine portale weiter weg dann kannst du mir was du kannst du mir kommt muss zurückgehen und dann auch durch dein bilder links sofort schon wieder so die frage ist was wir machen müssen ne von der seite kommen wir da nicht rein da kommt man nicht durch aber aufpassen hier bitte schon ok hier kann man gleich sterben ja ne ich lauf hier den weg zurück ich spring da nicht runter ja die frage ist aber auch nix wir müssen das ja aktivieren müssen das machen und dafür müssen wir nicht dahin ich weiß nur ich hätte nicht jetzt aktiviert das das weiße ding jetzt musst du ein total dahin setzen ein total hin da sind es dann kommst du rüber ich muss hier durch wozu ist dann das da ich bin ja auch brutal gesetzen ich glaube das brauchen wir gar nicht oder doch beide müssen ja darüber gehen glaube ich war ich glaube schon ich weiß wie man es machen muss das muss ich da dran kommen ich laufe jetzt einfach mal kurz hier durch doch setzt du mal das portal hin und da ach nee das geht ja gar nicht wenn ich runter geht es ja weg wenn ich das man muss schon jetzt denke ich mal wenn oben drüber gehen das muss ja irgendwas bewirken und das wäre der schalter ja hier nicht es kann sein dass das aber auch erst später brauchen wir müssen ja ohne das portale ich kann es ja und oben ist der einzigste weg der frei ist ohne dieses blaue ding und ich kann es ja gerne mal so machen ich weiß ich muss jetzt einfach nur runterfallen ja ruhig kann sagen